Das Kraftklub ABC in 20 Sekunden. Heute P wie Proberaum. Unser Proberaum, den haben wir jetzt richtig gebaut. Früher war das einfach nur ein Raum voller Klamotten und wo in der Ecke noch Instrumente rumstanden. Mittlerweile ist es ein bisschen geordneter. Es gibt das Gerücht in Chemnitz, dass wir schon längst nicht mehr in Chemnitz proben, sondern in Wirklichkeit schon längst nach Berlin gezogen sind und da auch unseren Proberaum haben. Das stimmt nicht. Besser lesen und schreiben. Hier ist deine Chance. iChance Ruf an kostenlos unter 0800 53 33 44 55 iChance